Genau wie Sie habe ich die Schauermärchen gehört, die man sich von dem Marschmädchen erzählt. Ein verlassenes Kind. Ich hatte mal eine Familie. Sie nannten mich Kaya. Ein kleines Mädchen, das allein in den Sümpfen lebt. Gemieden, verstoßen. Hallo, Miss Kaya. Ich habe gehört, Sie kaufen Muscheln. Manchmal fühle ich mich fast unsichtbar. Als wäre ich gar nicht hier. Du bist hier. Du bist wunderschön. Ich würde dich gern besser kennenlernen. Keine Fingerabdrücke am Geländer, am Gitter, Lördus. Keine Fingerabdrücke. Isoliert zu sein war eine Sache. Gejagt zu werden, eine andere. Das Marschmädchen, sie hat ihn getötet. Ich weiß, Sie haben einen Haufen Gründe, diese Menschen zu hassen. Nein, ich habe sie nie gehasst. Die haben mich gehasst und schikaniert. Sie wollen, dass ich um mein Leben flehe? Das werde ich nicht. Niemand trifft irgendeine Entscheidung für mich. Trotz allen Versuchen, es zu zerstören. Das Leben bleibt. Weit draußen, wo die Flusskrebse singen, ist die Marsch sich einer Sache gewiss. Jedes Geschöpf tut alles, um zu überleben. Das Leben bleibt. Das Leben bleibt. Ja, ich habe sie nie. Das Leben bleibt.